Ich hab nur noch drei Herzen, du Spacken! Attentat, Attentat! Spacken! Soll ich dich mal mit diesem Schwert schlagen? Ja, dann mach doch einfach mal, dann zieht der, was er hat. Das ist von Komag und das ist, glaub ich, nicht ohne. Das Komag-Schwert. Wenn du mich tötest, ne? Das Legendäre. Ich wollte sagen, ich begrüße euch zur 127. Minecraft-Folge hier. Ich darf nicht so weit da rüber gucken, weil wir nämlich gerade eine geheime, eine ganz tolle Folge eben voraufgenommen haben, deswegen darf ich sie mit dem mittleren Punkt der Unsel nicht zeigen, da wo der tolle Baum stand, ähm, aber das ist eh eh alle Hauptcharaktere vor mir. Wir haben neben mir eine kleine... Die Mutti überholt mich. Nur Toka hat gesagt, er möchte nicht mit, aber Komag hat uns die Erlaubnis gegeben, wir dürfen auf seine Insel plündern gehen. Haha! Ich hab kein Schwert! Ich auch nicht! Und deshalb dürfen wir jetzt hier mal... Wie kommen wir denn? Oh, lecker, wir müssen... Ach, da ist eine Tür! Na, komm, jetzt ist hier nämlich Großplündern angesagt. Ja. Richtig. Wo sind die Waffen? Wo sind die Waffen? Wo sind die Waffen? Ja, genau, Waffen. Ja, stimmt, wo sind Waffen? Oh, Schallplatten, die brauchen wir nicht. Welche draußen, ne? Gehirne, ich hab noch Gehirne. Oh, Fische! Enderperlen! Was nehm ich noch mit diesen Zombies? Nein, das ist die Enderperlen! Oh, ich brenne! Ich brenne! Warum brenne ich? Ich nehm auch mal alles mit, was geht. So, um das nochmal kurz zu erklären, ihr habt das in der Hektik jetzt wahrscheinlich nicht mitbekommen. Komag hat ja, ähm... Ich nehme hier noch einen Kopf mit. Oder hat eine Folge rausgebracht, er ist ja nun halt länger schon krank und nicht mehr dabei gewesen. Ja, leider. Und er hat uns jetzt, ähm... Ja, schöne Grüße nochmal an dieser Stelle. Er hat uns jetzt... Das brauche ich eigentlich nicht. Entschuldigung. Hat sie mir den nicht schafft? Vermacht. Ja, anständig. Vermacht. Und wir dürfen hier... Ah, nein, das wollte ich behalten. Ach, egal. Vielen Dank an dieser Stelle. Du hast nur noch alles hingeschmissen. Ich möchte das nicht alles aufheben. Hihihi. Komm mal denn hier. Das war Sinn der Sache. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Writing Pick brauche ich nicht. Nein. Schifter auch nicht. Luca glaubt, er hat alles, deswegen, äh... Mach nicht mit. Mach nicht mit. Mach nicht mit. Ich finde es einfach nicht richtig. Das ist alles. Oh. Aber es macht Spaß. Alles mit dem was geht. Alles mit dem was geht. Aber irgendwie hab ich mir jetzt mehr gehofft grad. Ich weiß nicht. Ich hab mir auch mehr gehofft, ja. Ich weiß nicht. Humag enttäuschend. Invar. Weak Blood Up. Brauchen wir nicht. Was soll er hier großartig, äh... Stimmt. Oh, Enderperlen. Na was. Wir sind auch noch zwei... Ne, hier sind... Ey, wer hat die Slime-Balls genommen? Hihihi. Ja, wir sind ja in einem Team, da brauchst du ja... Oh, Mann. Wie du dich so schön drüber aufgeregt hast. Redstone. Nimm bloß die ganze Kohle mit, ey. Worüber hab ich mich aufgeregt? Egal, nimm die Kohle mit. Wieso Kohle? Kohle, 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 Kohle. Weil wir im Moment chronischen Kohlemangel haben. Echt? Ja, das haben wir wirklich. Ja, den Redstone-Mangel haben wir auch. Verdammt. Ja, das haben wir immer abgesehen. Ja. Ey, das brauchen wir ja auch. Koma anscheinend auch. Hatte den wohl. Den war behältig. Ich hab übrigens ein cooles Schwert. Das hat er sich, glaub ich, mit Tinkers Construct gebastelt. Hm. Wofür braucht man Blut? Ich nehm mal ein bisschen Blut mit. Wir brauchen kein Blut. Wir können doch unser eigenes Blut anfangen. Boah, cool. Ich glaub, ich hab mein... Ich selbst grad ein bisschen... Sag mal, nur durcher PvP war ja erlaubt, ne? Hey. Was? Hör auf, ich hab nur nicht viele Herzen. Ey, ich hab damit nichts zu tun. Nicht viele Herzen. Hör mal auf. Ich hab nur noch zwei Herzen. Also zu dem Leben. Na gut, okay. Genfer-Konvention, sei Dank. Boah, jetzt hast du uns vertan. Ja. Genfer-Konvention, sei Dank. Ich geb dir gleich. Hihihihi. March. Oh. Wir wissen heute noch genug. Drying-Rack. Ach, hier ist doch nur Kacke. Was bin ich denn eigentlich hier? Quicksilver-Tropen. Ember kann man auch mal mitnehmen. Meck, 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 meck. Meck, meck, meck. Meck. Oh, Torch. Die nehm ich mit. Bronze kann man mitnehmen. Torch. Torch. So, mal wollen wir noch in den Nether? Vorsicht, ich hab hier ein Loch gemacht. Und Toka. Hast du Bock? Ich muss mal eben das Loch stopfen. Jetzt? Ja. Alle Perlen brauchen wir keinen Schneckball. Ich hab ein paar eingepackt, aber ich wollte nicht gierig sein und hab extra ein paar drin gelassen. Mir ist hier zu wenig los. Oh, das brauchen wir auch alles nicht. Wanna, Bohnen. Das nehm ich nochmal mit. Oh, ich weiß, was ich mach. Weiß nochmal selber. Ich find's immer geil, dass Brady und Schneckball sich alles krallen und bei der Hälfte davon wahrscheinlich gar nicht wissen, was sie damit machen können. Ja und? Sicher ist sicher. Finde ich ein bisschen beleidigend jetzt seine Aussage. Ja, so ein bisschen. Warum? Das ist aber... Weil du uns damit unterstellst, dass wir keine Ahnung haben. Weil es ja jetzt auch nur unrechtig ist. Aber... Es geht ums Prinzip. Wir haben ein bisschen gemein. Ich mein, das ist ja so, aber... Es gibt's Beef. Muss man ja uns nicht so vorhalten, ne? Oh, Elevator. Geil. Ich hab mir nichts vorgehalten. Ich bin ja nicht mitgekommen. Na gut, die sind eh einfach zu machen. Wollt ihr einen Elevator haben? Kannst du hier in meine Folge gucken und in mein Inventar schauen? Dann siehst du, was ich mitgenommen habe. Hier ist nur Kacke. Ich hab fast alles mitgenommen. Du hast noch einen Aquas, Accumulator, den kann ich gut brauchen. Ja, das ist ne gute Idee. Müssen wir uns keinen machen. Ach ja, Oakwood. Das nehm ich zum Ärgern. Ärgern? Ja. Den willst du ärgern? Na, die beiden hier. Äh, okay. Mit Oakwood? Ja. Das ist natürlich sehr ärgerlich, ja stimmt. Ja, das stimmt. Ah, den get it. Ah, du kennst die Haut wahrscheinlich wieder das Inventar. So, es wird dunkel, liebe Leute. Was halte ich davon, wenn wir uns wieder so ziehen? Ja. Super. Also ich bin, ich bin soweit voll. Also ich kann fast nix machen, aber mein Inventar ist komplett voll. Also meine Brainy Egg ist soweit voll. Ich bin voll. Ich hab genug. Ich hoffe, ihr habt ne Axt dabei. Scheiße. Nein! Ist vielleicht bei einer dabei drauf gegangen. Die haben sogar ne Axt dabei. Da kann ich ja niemanden machen, wir. Wo steht da drauf? Hey! Ich hab keine Axt dabei. Alles klar? Ja, alles safe. Ah, Brainy Egg ist durch. So ein Mist. Achso, nicht damit ihr euch wundert. Ich wollte euch... Alter Schwede, wie das so krass leckt wieder. Jetzt muss ich ja echt... Alter, jetzt muss ich ja echt rückwärts laufen. Wieso? Guck doch auf den Boden. Wow. Ich guck jetzt auf den Boden, damit ihr nicht gespoilert werdet. Und derzeit kann ich ja vielleicht mal ganz kurz was erzählen, damit ihr euch nicht wundert. Ich nehme nämlich ohne Facecam auf. Was? Weil ich ein bisschen krank bin und scheiße aussehe und ich heute auch noch... Das halte ich auch für ein Gerücht. Ja, halte ich auch für ein Gerücht. Ist kein Gerücht. Ich hab nämlich auch heute die Folge von The Walking Dead geguckt. Die letzte von der Staffel 5, also das Staffel-Halbfinale. Nicht spoilern. Und ich hab... Oh, du Tokar. Okay, danke. Und ich habe ganz, ganz doll geweint, weil das alles dramatisch war. Und ja. Du brauchst mir das... Das brauchst du mir nicht jedes Mal sagen. Ich spoilere nicht. Das solltest du langsam wissen. Ne? Tokar. Ich hab's genau gesehen. Ja, bitte. Warum sitzt hier deine Katze rum? Mäau. Die sitzt hier im Zaun. Meine? Ja, denk ich mal, dass das deine ist. Was ist das denn immer? Ja, weil du die ganzen Ocelots gezähmt hast. Und nicht nur zwei oder eins, nur... Alles deine. Und hier ist ein Creeper. Schnell Tür zu. Creeper. So, ich bin wieder auf unserer Insel. Okay. Oh mein Gott. Kommst du auch gleich wieder? Hm, ja, eventuell. Oh, du hast die ganzen Katze... Geh mal nächste Folge ins Nether? Keine Ahnung, diesen... Wir laufen hier grad auf jeden Fall rum. Du weißt warum? Magst du vielleicht was ich hier zumachen? Ja, ich weiß warum. Das Date im Nether. Ich töte hier gerade. Aber ich brauch erst noch ne neue Diamantrüstung. Diamantrüstung? Mach dir noch ne Zaumcraftrüstung? Leg ich mal hin, steck mal. Ja, bin dabei. Das geht noch nicht. So weit bin ich noch lange nicht. Wie sieht denn das aus, Jungs? Oh, danke fürs Licht machen. Wollen wir uns jetzt trennen, oder? Oh, wirklich schon? Wird ja immer beleidigt von euch. Nein, aber nicht. Ich hab dich doch nur mit Holz zugekleistert. Ich hab nur noch drei Herzen, du Spacken. Attentat! Spacken! Soll ich dich mal mit diesem Schwert schlagen? Ja, dann mach doch einfach mal. Dann zieht der, was er hat. Das ist von Komag. Und das ist, glaub ich, nicht ohne. Das Komag-Schwert. Du tötest, ne? Das Legendäre. Schwert des Komag. Ich muss meinen Hover-Mode... Könnte, ich könnte, ich könnte. Hm, ich könnte auch. Könnt's gar nicht. Wieso geht das Jetpack nicht mehr? Oh, Hover-Mode enabled. Schon mal gut. Und wie kann ich fliegen? X? Nein, X ist Karte. Äh... Jetpack. Warte, ich kümmere. Simply Jetpacks. Ah. F. Okay. Wir sehen das hier eigentlich mit unserem... Der hat genug Energie noch. Jawohl. Dann können wir die noch da rein tun. Du, was soll ich mit den... Ohne Mist. Der ist aber gut. Ihr habt doch eh so viele. Ja und? Ist doch egal. Miau. Miau. Unglaublich ist das hier. Unglaublich, unglaublich. Würd gern einen Shitstorm für Notok... Wegen Notoka ausrufen. Nicht. Incoming. Publicity ist Publicity, ne? So, was ist jetzt mit diesem Skelett? Kommst du jetzt hierher bitte? Ich möchte dich töten. Was wollte ich denn jetzt nochmal mit dem Aquarius Accumulator machen? Brauch ich eigentlich gar nicht. Irgendwie will er nicht. Was ist eigentlich mit meiner Musik los? Warum geht es mit meiner Musik aus? Bei dem Video hat man gerade leider die Überraschung gesehen. Das ist ja blöd. Kannste rausschneiden. Joa, mal gucken. Kommt ja eh einen Tag vor Weihnachten. Muiii. So. Na ja. Und wenn, dann ist es auch nicht so schlimm. Wann nehmen wir den Tamar wieder. Oben ist ein Skelett. Also, ich würde sagen, Notoka hat gerade PvP eröffnet hier. Okay. Der war eigentlich schon von Anfang an eröffnet. Wollen wir uns kloppen oder was? Das glaube ich. Ja komm, wir kloppen uns. Echt? Ich hab auch nur einen Bogen. Treffen wir uns in der Mitte. Ich wurde getötet fast. Ja, ist überhaupt nicht wahr. Ich hab jetzt noch vorher aufgehört. Ja. Aber trotzdem hast du mir Angst eingejagt. Boah, Katzen. Ich kam nicht in die Kiste ran, weil die Katzen auf der Kiste sitzen. Ich treff mich damit im Brainiac. Das sind ja deine. Du kannst ja... Geil. Ja, ich... Alter. Wegsetzen. So ein Jetpack ist aber auch kein unfairer Vorteil, oder? Dann muss ich aber die Brille ablegen. Die Brille ist mir viel so schade, wenn die in die Kiste geht. Trefft ihr euch jetzt echt, um euch auf die Schnauze zu zaubern? Ja, natürlich. Geil, wie so Hooligans. Ja, Mann. Oh, scheiße, der Baum. Man könnte es auch ohne Waffen machen. Du musst rückwärts laufen, oder? Dann halbwitzlos. Nee. Doch. Fair ist das. Ich brauche aber... Das ist ein Baum. Ja, das fühlt sich fair, weil ihr voll die Bonzen-Waffen habt. Überhaupt gar nicht wahr. Und ich keine Rüstung anhabe. Ich habe nur einen ganz normalen Drogen. Ja. Ja, selbst das ist ja schon unfair. Wieso? Ja, danke. Ja, weil ich überhaupt nicht an dich rankomme, du Arsch. Wieso, du... Hast du keinen Drogen? Ich bin auch wenigstens aufgehört. Ich habe einen Kopf von der Mutzi. Wenn ich das Schwert nicht wiederkriege, ist was los. Welches Schwert? Oh, Mann, ey. Oh, oh. Ich glaube, ich bin jetzt ganz unbeliebt. Was? Hast du den Obsidian-Generator eigentlich fertig gemacht? Nö, ne? Nee. Bin ich noch bei ihm. Du hast das Schwert. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht eingesammelt. Ich verspreche es dir hoch und heilig. Ist wahrscheinlich irgendwo runtergefallen, oder? Ah, prima. Warte, ich gucke mal im Void nach, ja? Nein. Das ist natürlich Spaß. Ich kann nicht im Void nachgucken. Ich glaube, die Mutzi mag ich nicht mehr. Ach, das ist für Brainy. Hashtag verschissen. Ja, aber echt, ey. So richtig verschissen. Oh, Mann. Boah, ich habe die Katze getötet. Oh, ich habe die Katze getötet. Du hast dir ein cooles Schwert. Ist leider jetzt weg. Aua. Leute, ihr seid echt geil. Ich bin jetzt sauer. Aua. Von wegen hier faires PvP. Wie viel hast du denn noch? Das gibt es ja wohl nicht. Pfeile? 43 noch. Nee, Leben. Das darf doch nicht wahr sein. Oh, ich muss mal was fressen. Oh, Mann. Nein! Scheiße! Ich werde erst mal alles eingesammelt, was alle haben. Nein! Lass meinen Jackpack aber liegen! Bitte, lass meinen Jackpack liegen! Ja, aber ich habe Pech jetzt, ne? Na, 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 na. Na, na, na. Du Jackpack gibts außerdem, kannst. Ich habe keinen Jackpack aufgesammelt. Was? Was? Er ist wohl runtergefallen? Oh, fuck. Ah, kennst du ihn. Jetzt weiß ich auch, warum du so viele Dings hattest. Du hattest eine Rüstung an. Ich habe alles andere ausgepackt. Ach, hattest du keine Rüstung an? Nein, ich hatte so gut keine Rüstung an. Ach so. Einen Grund. Ich bin gewähne. Ja, ja, liebe Leute. So kann es nicht. So sollen wir das jetzt zurückholen? Bin gewähne. Was? Sollen wir uns das jetzt zurückholen? Eckpack, komm, schnell. Das Jetpack, ja. Komm, wir holen uns das zurück. Ich habe hier echt keinen Jackpack, oder? Das sagt er nur so. Komm, wir stürmen sie. Uh, Leggy. Ja, bei mir auch. Extrem sogar. Musst du noch gerade puttern? Leute, ich habe gerade Tiere getötet. Was? Ja, aber ohne Witz. Was ist denn das schon wieder für ein Scheiß? Ich habe ein Safari-Net gehabt und habe mir ein Schwein mitgenommen. Dann setze ich das, kommt ein Creeper raus und explodiert. Ist das ein Transmutation-Safari-Net? Krass, okay. Der Brainy hat alle meine Sachen mitgenommen. Der ist vor mir explodiert. Ich konnte nicht mehr so schnell reagieren. Ja. Auch nicht schlecht. Was? Pass auf, pass auf, pass auf. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Ha, 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 ha. Jihihi. Scheiße. Ja, ja. Sind sie? Ja, ich habe einen Lag. Ich habe einen Lag. Ich habe einen Lag. Ich habe einen Lag. Er hat aufgeholt durch den Lag. Handelskiste. Was haben wir denn da? Fishing Rod. Ich habe eine Rod of Enchanting bekommen von Hans. Aua. Und eine Blaze-Root, noch eine. Oh, das war knapp. Ja. Ja. Alter Schwede. Aus dir wurde ein pinker Blaze. Äh, ein pinker Slime. Okay. So. Ich brauche aber erstmal wieder einen Bogen, weil wir haben keine Bögen mehr. Ich habe mir meinen Kopf zurückgeholt. Ich komme in Frieden und ich habe auch keine Rüstung. Und wer bringt mir mein Schwert zurück? Ich habe es nicht. Ich habe nie einen ungerechtfertigt getötet. Nee, keiner. Weil ich unfair, unfair getötet wurde. Hat da mein Schwert gelegen, sovieligerweise? Ähm, nein. Hat mir aus Versehen geportet. So, das ist ein Bogen und eine Rüstung habe ich von dir. Habe ich da wieder eingelegt. Im Ernst jetzt? Ein Schwert habe ich nicht, wirklich. Hallo, ich bin, ich habe überhaupt nichts, ja. Ja, und du kommst so auf mich zugestürmt, ich habe Angst. Ohne, ohne Pfeile bringt ein Bogen natürlich auch nichts, ne? Ihr seid ja auch Helden, ey. Oh, meine Adrenalin, oh. Oh, was war das? Das war nicht Fishing Rod. Ich war am lieben. Schade. Schade. Oh ja, stimmt, ich spreng dir auch wieder alles. Ah, das ist natürlich doof. Kann ich mal was sagen? Ich habe keine Blöcke. Doch, ich habe Blöcke dabei. Was hast du denn? Ich habe hier irgendwie so einen komischen Rucksack mitgenommen, ne? Ach, das ist Magic Bees von Magic Bees. Ja, 15 Slots hat er irgendwie. Ich kann aber nix reinpacken. Mach doch jetzt mal den Slots. Wie heißt der genau? Ja, das ist das Problem. Da steht nur Unnamed. War dort 6095 2. Von Magic Bees ist der. Okay, sagt mir jetzt im Moment. Du kannst den aber, wenn du Unnamed eingibst, dann kommt der. Wo sieht man den? Unnamed. Ah ja, dieser rosa, ne? Ja, genau. Ich vermute mal, das ist einfach nur ein ganz normaler... Man kann nur leider nix reinpacken. Vielleicht kann man da nur Bienen reinmachen. Das kann eventuell sein. Das wäre möglich. Okay. Warum nur Bienen? Was ist das? Na, weil der Rucksack von Magic Bees gemacht ist, dann kann man nur Bienen reinmachen. Also, eventuell. Weil sie lagern kann. Alle Angaben sind wie immer ohne Gewehr. Ich habe einen, und dann habe ich noch einen Weed Seed Bag. Ja, das kann man rauchen. Ja, das kann man rauchen. Smoke, weed, everyday. Nein, Drogen sind schlecht. Finger weg. Okay, Drogen sind schlecht. Okay. Oh, drei Redstone. Ich bin begeistert. Ich meine, da habe ich noch meine Brüder. Das Wichtigste. Ich habe ja mein Schwein auch noch nicht mal angekommen. Ich fühle mich in dieser Folge, liebe Leute, ganz unfair behandelt. Ich habe auch kein Jetpack mehr. Ich muss mir mein ganzes Jetpack neu machen. Was meinst du, was das für Auerhalte ist? Das ist... Das ist aber... Diesen aber echt weg. Die spawned ich direkt instant. Diesmal habe ich es ja sogar offiziell verloren. Nicht durch irgendeinen, äh, vom Creative-zu-Überlebensmodus-Bug. Nee. Hm. Das stimmt, aber... Hast du eine? Nee. Nein. Okay. Wo sind die endappellen? Ach, die habe ich ins System gepackt. Genau. Ist denn das hier noch? Warum haben wir ein Radio hier? Weil ich das mitgenommen habe. Ah, klingt es was? Wahrscheinlich Musik. Aber es macht keine Musik. Hm. Ja, ich komme. Ich muss alles neu machen. Ich brauche ein neues Schwert. Dann müsste ich da einen möglichst hochwertigen Rüstung halten. Hast du deine Rüstung übrigens auch weg? Wo ist die denn? Meine Rüstung? Ja. Die ist komischerweise auch weg. Ich habe noch den Helm. Alles verschwunden? Ja. Es ist da von der Dings gefallen. Von der Welt gefallen. Mein Golden Bag. Was ist denn eine Mana-Bohne? Oh, Mann. Was ist denn eine Mana-Bohne? Weiß nicht. Geh mal Penn. Oh, wir haben ja noch Manilium. Ja, ich komme. Manilium. Da kann ich mir noch ein Schwertchen draus machen, wa? Das kannst du tun. Sehr schön. Wenn du da kamst. Dafür brauche ich ja bei Tinkers auch nur eine Barrelle. Aber das Gute ist, dass wir die Folge dann beenden können, wenn wir schlafen gehen. Jetzt gleich? Ist schon soweit? Jo, für uns schon, ja. Ja, für uns dann ja auch, ne? Okay. Ja, für uns dann auch. Okay. Dann machen wir die Abmord, Rainy. Dann, ja, bedanke ich mich bei dieser ganz tollen Folge, wo wir uns gegenseitig abgeschlachtet haben. Und Schneckball ganz, ganz böse behandelt wurde, weil sie weder Schwein noch Schwert oder sonstiges hat. Genau. Wieso? Sie hat doch Schwein. Ah, ja. Und? Wir sehen uns dann einfach morgen wieder, liebe Leute. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss.